Sie sind geistig behindert Filmst du grad? Ja Sicher? Ja Auch links Dieser eine, du weißt schon, Handy und so Jaja, das tun wir da im Nachhinein, müssen wir das machen Ice, Cash, Money Geil Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kamerasound-in-Thermte-Con Heute ist bzw. wird der erste Bilobstern Heute Freunde, wir befinden uns grad in Frankfurt Mir ist grad etwas scheiße passiert Und zwar, mein Handy ist umgefallen Irgendein Peach von euch oder keine Ahnung wer Hat ein Auge gemacht Und jetzt mein Handy ist ein bisschen geschrottet Ich kann es meinen Eltern nicht zeigen Ich bin dann gefickt, mein Vater Aber ich hab Versicherung drauf Versicherung regelt Aber ich bin trotzdem gefickt Mein Handy ist kaputt Glas Aber ich zeig es nicht, dann bin ich auch mal gefickt Ja Freunde, let's go Ähm Heute Freunde, wir befinden uns grad in Frankfurt Jetzt fragt ihr euch, warum sind wir in Frankfurt eigentlich? Um zu wichsen Ich mach seine Seite Aber wir wichsen nicht Beziehungsweise uns parallel Was? Voll nah reingeführt Spaß So Freunde, wir befinden uns grad in Frankfurt Wir befinden uns grad in Frankfurt Und heute Freunde werden wir Mit meinem AMG Geliesten Wagen Videos drehen Wir werden Verschiedene Formate drehen Zum Beispiel Ähm Ja Richtig oder Gürtel Ah Scheiße Spaß Richtig oder Gürtel werden wir drehen Und wir werden auch noch Ähm 2000 Jahre später Was wollen wir auch noch drehen? Richtig oder Chili Ja Wir wollten noch Chili Challenge drehen Also Mir wird äh Rap Quiz Etc gefragt Was ich äh Dass ich da richtig beantworten soll Und wenn ich das falsch beantworten sollte Äh Beantworten sollte Ja Freunde Wir werden auf jeden Fall Chili Challenge machen Wir werden ähm Ja Richtig oder Gürtel drehen Wir haben auch dazu ein Gürtel dabei Äh Scheiß drauf Wo ist dein Gürtel hin? Ich weiß nicht Ach ja ja hier Hast du ihn verloren? Nein nein ich hab's Hier Freunde Sieht man das? Sieht man das? Ähm Sieht man das? Sieht man das? Nein Okay Äh Also wirklich mal Freunde Wir werden auf jeden Fall richtig bei Chili treten Äh Mein Fuß gefickt Ich bin da hingefahren vor kurzem Mein Handy ist gefickt Scheiß drauf Wir lassen uns auf jeden Fall nicht demotivieren Wir werden's safe machen Und wie gesagt Ich kann jetzt mein Handy rausholen Mein Mein verficktes Handy Ist grad kaputt gegangen Schluss mal raus Digga Ah das falsche Handy Digga Ich zieh ab Äh Ey Warte mal stehen Stehen da hinten Ey ich höre das ist so cringe Die Leute Die sehen grad alles Test Ich muss nur faken Weil die Leute mich grad anschauen Wallah Das sind viele Menschen Und ja Ja auf jeden Fall Es wird geil Ich schwöre Viele Leute sind grad am anschauen Es ist so fucking unangenehm Aber ich muss mich dran gewöhnen Was? Ich wollte nach Foto aus Freunde Das ist unser Das sind unsere Video Ideen die wir machen werden Es wird wild Mein Handy ist gefickt Ähm ja Wir werden Ist mir egal Wir werden Chili Challenge machen Wir werden Richtung der Gürtel drehen Erkennen die Rap Line Und Ein sexueller V-Doc Let's go Achso Ist drückt an Ey Freunde das geht Ähm ja Lass mal fahren bisschen rum Komm wir können ein bisschen miteinander reden Enes Enes Film mal die Stadt Fahr mal und film mal die Stadt Zu außen rum Aber Jungs Lass uns Wir werden Austausch Töne Töne Räuf Drei Töne 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 Okay, Friends, wir befinden uns gerade. Auf die Wiese werden wir was kratzen machen. Auf jeden Fall, wir werden jetzt die Challenges drehen. Und nachdem wir diese Challenges gerät haben, holen wir uns noch in den Supermarkt... Was? Film mal. Es gab so eine Diskussion zwischen meinen Freunden, ob es ein Teilbuch ist oder nicht. Keine Ahnung warum. Scheiße. Auf jeden Fall, Freunde, wir werden hier die Challenges drehen. Die Chili Challenge werden wir auf jeden Fall noch filmen. Und dann geben wir dazu noch Zai und besorgen uns noch die Chilis. Und jetzt drehen wir jetzt einfach die anderen Videos. Let's go! Let's go! So, Freunde, was geht? Wir haben gerade eben sehr geile Fotos gedreht. Äh, diese... Gedreht wahrscheinlich sogar. Wir haben gerade... Geil! Wir haben gerade schöne Fotos gemacht, gell? Und ich fand die sehr professionell. Ihr werdet sie auf jeden Fall auf Instagram sehen. Auf Instagram heiße ich, ähm... So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Genau. Einfach einmal. Ganz normal wie auf YouTube. Ich check's ab. Check's auf Instagram ab. Auf jeden Fall, Freunde. Und auf jeden Fall, Freunde, wir gehen jetzt mal dick essen bzw. bestrafen folgt auch noch. Die Chili Challenge haben wir jetzt gerade fertig gedreht. Aber leider haben wir die anderen Videos noch nicht fertig gedreht. Wir werden sie ja wahrscheinlich an einem anderen Tag machen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Videos durch. Erstens, dieses geile sexuelle Vlog. Und zweitens, die Chili Challenge, Freunde. Und wir werden jetzt auf einmal... Geil! Also wir werden jetzt auf einmal, Freunde. Wir werden jetzt die Chili Challenge in einem schönen Restaurant drehen. Also ich hätte es schön... Wer hat eigentlich zwischen uns verloren, diga? Gau keine! Ah, 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 ah! Gott, du, blablab! Ah, ah, ah! Du hast verloren, scheiß drauf. Okay, Bro, du hast verloren. So, auf jeden Fall, Freunde. Wir werden die Bestrafung in einem schönen Restaurant drehen. Und plus das Vlog hiermit gleich beenden. Geil! Klappt die erste. Freunde, was geht? Wir befinden uns gerade in der Bahn. Wir nähern uns langsam zum Ende. Wir haben gerade die Chili Challenge hiermit völlig beendet. Ist mega nice geworden, Freunde. Beziehungsweise... Ja. Und Freunde, wir werden auf jeden Fall hier das Ende drehen. Beziehungsweise ich erkläre euch einfach ganz anders, was wir so gemacht haben. Wir waren so in Frankfurt, haben so nice Bilder gemacht. Also nachdem wir das gemacht haben. Waren wir... Wir wollten zum Dönerladen gehen. Haben wir es auch gemacht. War sehr lecker. Jetzt? Ja, ich gehe da reißen. So? Ja. Ja. Ja, okay. Also wir waren... Wir finden es gerade in der Bahn. Es wird nämlich gerade ein bisschen unangenehm. Ist mir egal. Und ja. Wie gesagt, Freunde. Wir sind ja gerade zum Ende. Ähm. Ja. Tschüsschen auf Nüsschen. Vergeht es nicht zu abonnieren. Schreibt gerne in die Kommentare. Es ist erotisch. Gebt ein Like. Und... Ja. Ihr wisst ja was ich meine. Support ist kein Mord. Haut rein. Name.